ja moin ja was soll ich jetzt erzählen ich weiß es gar nicht ist nichts passiert ist es nichts will ich ja wir werden erstmal versuchen wer läuft unsere stadt ein bisschen größer zu machen und vor allen dingen die casinos ein bisschen größer zu kriegen wir machen ja hier 11.000 plus mit diesem einen kleinen casino was mir natürlich doch nicht ausreicht aber damit hier kein blödsinn passiert werden wir hier erstmal noch eine kleine polizei hinsetzen direkt daneben am besten direkt hier mit rein so damit hier gar kein blödsinn machen weil wenn man sich das hier mal anguckt da passiert schon einiges an krummen sachen hier sind auch ein paar böse leute hier hinten ist ein kleiner verbrecher und das kann nicht so bleiben da werden wir mal richtig schön aufpassen auf dein doktor wurde ganz lange warten abwasser gut dann werden wir erstmal versorgungsabteilung in die region pflanzen muss ja sein damit man das hier alles warum geht das nicht durch den park was ekelhaft ich kann doch drüge übereinandersetzen oder war es nicht so genau so ok limit erreicht müssen wir wieder warten bis wir 30.000 einwohner haben und dann und dann ja und dann gibt es hier für casinos braucht man doch genau das kommt von ganz alleine aber hat sie nur zentrale ach nee das war ja für tourismus für tourismus hier trosten muss wo man einfach mit muss die tourismus abteilung das interessiert mich ja hier auch noch das bringt mir 189.000 nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht was brauche ich denn hier für tourismus abteilung überall muss abteilung das ist doch ja da gibt es wieder so viele sachen da willst du denn noch nicht wasser bauen sollst du kannst was 3 naja soviel dazu machen wir das war ein bisschen speed turnieren zur sache wie sieht sie mit wasser aus wasser ist auch nicht so prickelnd was kostet die kostet 44.000 strom reicht noch aber meine drei türmchen die ich hier überall verteilt habe die werden nicht mehr lange reichen und vor allen dingen hier dieser schwarze flick der muss weg der schwarze flick ist weg so dann werden wir mal ja tut mir leid aber es muss weichen ja bitte weg ein verlassen das gebäude sehe ich gerade auch hier so ganz groß ist auf wiedersehen auf wieder tschüss die häuser diese sind doch hotels leid währungs ag genauso wie hier haben sie sich haben sich die macher wirklich was einfallen lassen mit den ganzen aussehen der häuser und alles mögliche ist schon wahnsinn ich bin immer gespannt wann der erste wolkenkratzer kommt dürfte ja nicht so lange dauern warum ist die straße nicht weg was soll das kannst du die mal wegbomben danke schon sieht das schicker aus ja so ist das schickt so muss das sein hier kommen doch schon die ersten großen wohngebäude was ist mit der schule jetzt hast du mir zu sagen eine allgemeine hochschule auch schön könnte man sich denn irgendwann mal gefallen lassen was kostet die ganze schule 42.000 da müssen wir jetzt ein bisschen warten weil erstmal kommt hier unsere kläranlagen dafür machen wir erstmal ein bruch ziehen dann müssen wir das weg und das weg so ein bisschen daran zu männer mit nur sehen wo die straße lang geht die straße weil wir erstmal ein kleines bisschen verfeinern unsere riesen straße hier am besten wir machen erstmal hier so sieht das doch schon schick aus so ein bisschen bergweg und dann setzt man da unsere kleine kläranlage hin warum kannst du dich hier nicht hinpflanzen warum hier nicht was soll denn das jetzt ist ziemlich immer ärgern oder sitze ich seit hierhin aber hier ist auch oder so wenig platz da ist ja das ist sogar mittendrin das ist auch doof das ist nicht schön das ist alles nicht so wie ich mir das gedacht habe warum kann ich die hier nicht hinsetzen warum ist hier kein platz und soll das wenn ich noch die straße so haben wir jetzt hier noch platz dafür so genau da kommt sie hin die produziert schön dann sieht das gut aus so am besten wir verbinden diese kleine popel straße hier noch mit halt so dann können sie von da und davon daher ein ein reiten hier wieder der geile bahnübergang mit ampeln so was aus denkt haben wir wahnsinn super polizei die kriegt gleich mal noch ein paar streifen machen von mir spendiert so weit ich geld habe aber das schild das kommt schon mal und erfahren was kommt natürlich auch schon mal so gut dann lassen wir es mal weiter laufen jetzt werden sie erstmal meckern weil das ding er läuft noch nicht läuft hier sind ja noch keine arbeiter da gleich werden sie jammer da kommt schon die ersten autos ist aber noch geschlossen warum die hier jetzt lang fahren aber jetzt ist offen noch nicht die müssen oder so lange warten bis die leute meckern aber jetzt kommen sie doch jetzt hätte los ok gut und als nächstes gibt es dem wasser eine große pumpstation haben wir irgendwas und einer der nicht mehr mitspielen wir hier die muss man noch ein bisschen ausbauen sonst gibt es bald wieder ärger wir haben nicht wir können nicht und wir wollen nicht so gut wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem schulsystem ist haben wir denn jetzt eigentlich alle nein es sind noch einige die noch nicht angemeldet sind warum verstehe ich nicht hier aber soweit fast alle dann werden wir hier noch irgendwo eine schule hinsetzen am besten hier oben drauf und da wird er schon passen ja die beiden industrie die haben schluss haben die haben klein nicht gehört wie viel arbeitslos haben wir denn zur zeit gar keine arbeitslose ist so gut und zufrieden na gut mal hebt schlimmeres die werden schon noch zufrieden wenn ich müssen sie ausziehen ganz einfach hier wir lassen uns ja nicht alles hier schön munte 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 ja 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 so mag ich das so mag ich das was wir von kriminalitäten hört am auf zu spinnen ja ja hier gibt es noch autos und gleich noch und zehn block dran damit hier alles sein lauf geht tut warum ist das manchmal so dunkel und manchmal so hell manche häuser die sehen aus als ob die schon längst verlassen sind hier dieser dieser dunkle streifen hier drumherum immer kurios ach ja meine stadt doch die gefällt mir die sieht schon schick aus total was so ein hafen wir haben auch noch hin pflastern hier feuerwehr die dumm die dumm die dumm kann man den da einer künien den spinner hier laufen sie alle auch wie die busse hier alle wahnsinn wie sie alle warten als hier retten pose rauchen verboten das hat er ist hier noch frei und hier und da vergesst dass ich laufe kann ich den bahnhof eigentlich ausbauen dann kann ich wohl ein schild verpassen schade schade dass man hier nicht noch so ein paar gleise dran packen kann 0 minuten wartezeit was wollt ihr denn noch mehr was waren die hier ja ja die politik feuerwehr wieder ja die hat nicht alle brennen gefunden ja super wie den kauft den von navis dann finden sie die auch hier hinten brennt so keine feuerwehr ist da ist auch gut ne er muss dafür kann ich doch nichts wenn ihr die brände nicht finden wenn ich so blöd sind wozu habe ich hier eine feuerwehr baut zwei sogar da ist eine hier ist eine mann 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 das kann ja wohl nicht wahr sein oh krankenhäuser ein paar behandlungszimmer so krankenwagen das maximum muss reichen leute mehr gibt es nicht ja hier werden wir auch noch eins hinsetzen sicher sicher wie dies aus wird es schulen jetzt hier haben da kommen wir noch das geht so was aber 44.000 ja es dauert noch ein bisschen kommt immer wieder was dazwischen du kommst gar nicht so sparen hier wirklich weil ständig kommt hier irgendwas wie das krankenhaus jetzt eben schon komisch die lump die lump die lumpen was kostet mich denn eigentlich diese zentrale 37 5 ja nun nimmt mal ein bisschen mehr ein 52.000 muss ich einnehmen ach felscher klopp schon ein bisschen dreckig die luft bei mir hier drüber hier ist ja ich mal schlimm die bauen sich immer als erstes aus die einkaufslehnen komischerweise 22 22 schau mal und titul um die ach man warte zeit ohne ende ein trümmer wo ist das abgebrannte ding oder hier irgendwo hier auf wiedersehen ja ja so ist das hier ganz friedlich die kleinen häuschen irgendwann werden sie größer werden wenn man von hier oben guckt na du doch die bäume sind ja monströse der jo haben sie schon schick gemacht der kann man wirklich nicht weckern kriegelt wohnsitz man hätte fast denken können doch sie käme unter sonst sieht man die schüppmanns 35 noch 9000 und dann können wir loslegen aber wie ist immer alles schön zu fuß laufen ja das sieht man schwarze subster brinnt wenn ihr so lang flitzen machte man nicht so ein krach warum nehmen wir eigentlich warum macht die bloß noch zu wenig wind die touristen die touristen fehlen irgendwie jetzt gibt es erstmal wasser wasser ist jetzt wichtiger ich weiß noch nicht wo ich das hinsetze weil dreck macht sie eigentlich nicht da ist eigentlich schon eine pump filter drunter wo setze ich das hin hier gibt es zu wenig wasser wenn denn hier so hin wollen wir noch viel wasser hier ist nicht so viel wasser auf der karte wartet ich mache erstmal die richtige sich wo wo denn macht bitte nix kaputt ey ich habe angst so feuerwehr gleich los oh gott sei dank hat das nichts wichtiges getroffen puh hier so ein paar wohnhäuschen sonst geht es ein paar haufen brände jetzt aber was will man machen es ist jedenfalls nichts schlimmes passiert ja ich kann sich ändern ich habe nicht gesagt dass es passieren soll jedenfalls haben wir jetzt das auch schon mal gesehen also meteoriten schauer ich will das dahin sitzen hier so eine küste wäre auch nicht schlecht 1300 1400 da dürfte es eigentlich so schnell nicht alle werden oder aber hier haben wir noch ein türmchen stehen die wärmer moment und machen wir jetzt mal ein päuschen so dann werden wir jetzt mal das türmchen wegreißen hier ja bitte einmal weg kurz mal aufräumen so jetzt setzt man da unsere pumpenstation hin auch wenn hier nicht so wirklich viel platz ist hier ist gar kein platz das ist kacke ist das das ist so blöd jetzt gerade da jetzt hin so da muss man die straßen wegreißen dafür kann ich jetzt nichts sobald wir mehr brauchen sollten so wasser turm noch weg hallo ich werde weg ja bitte weg haben wir sonst noch irgendwo musst du noch einer sei nur da sei noch mitten in der stadt ja auch weg so noch einer jetzt wird gleich die feuerwehr so rum kotzen weil die kein wasser haben aber wir machen jetzt mal ein päuschen wir zocken jetzt schon noch 25 minuten hier die folgen werden immer länger bei mir keine ahne warum gut dann mache ich jetzt in dieser in diesem stillstand hier weiter pause weiter okay dann sage ich mal wieder tschüss danke für zuschauen und bis denn dann denn so denn so denn